Ich höre dich rumschleichen. Finger weg von meiner Playlist. Ich warne dich. Oh, hey. Travis sagte, du hast ein paar Wagen selbst gebaut und das ist cool. Okay, eine Regel. Du kannst alles benutzen. Kein Ding. Legst bloß zurück, wo du es her hast. Ansonsten tob dich ruhig aus. Oh, oh, das ist mein neues Projekt. Hier. Hört ihr den Zaun an, Mann? Das hier wird mein Meisterwerk werden. Das kann ich fühlen. Ich will ihn fertig haben, bevor Naka-san die Stadt verlässt. Lob von einem Künstler wie eben macht diesen Laden zum Geheimtipp, weißt du? Okay, also das war's. Ich verschwinde. Treffe vielleicht Spike. Oh, Travis hat die Wagen umgesetzt und Platz für dich gemacht. Du solltest ihn nehmen, sonst ersetzt er den Schrott. Mit mehr Schrott. Das ist eine gute Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen. Plane deinen Bau. Lenke deine Vision. Wow, jetzt klinge ich schon wie Travis. Okay, ich gehe. Ich bin raus. Ähm, viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns noch, ja? Oh, und ähm, tu die Sachen zurück. Cool. Bis dann. und okay вот that one. down. Untertitelung des ZDF, 2020